In diesem Video geht es um eine vereinfachte Darstellung der Funktionsweise eines Geiger-Müller-Zählers. Mithilfe eines Geiger-Müller-Zählers kann man radioaktive Strahlung messen. Hier seht ihr den Aufbau eines solchen Geräts. In einem Metallzylinder befindet sich ein Edelgas. In der Mitte des Metallzylinders befindet sich ein positiv geladener Draht. Die Außenwand des Zylinders ist negativ geladen. Wie kann nun radioaktive Strahlung gemessen werden? Nehmen wir einmal an, dass Beta-Minus-Strahlung, also ein Elektron, durch das sehr dünne Fenster in den Zylinder fliegt. Dieses trifft nun auf ein Edelgasatom und schlägt ein Elektron dieses Atoms aus der Atomhülle heraus. Beide Elektronen werden nach dem Zusammenstoß vom positiv geladenen Draht in der Mitte sehr stark angezogen. Auf dem Weg zum Draht stoßen die Elektronen auf weitere Elektronen von anderen Edelgasatomen. Diese werden auch aus der Atomhülle der Atome geschlagen. So kommt es zu einer sogenannten Elektronenlawine, sodass viele Elektronen zum Draht gelangen. Die nun positiv geladenen Edelgasatome werden von der negativ geladenen Zylinderwand angezogen, wo sie sich wieder mit Elektronen verbinden, sodass sie wieder neutral geladen sind. Die Elektronen im Draht fließen nun zum Pluspol des angeschlossenen Netzgerätes. Sie können zum Pluspol auf zwei möglichen Wegen gelangen. Einmal durch den sehr großen Widerstand R und einmal durch das Zählgerät. Da der Widerstand sehr groß ist, fließen die meisten Elektronen durch das Zählgerät. Der Zähler registriert den Stromimpuls und zeigt nun den Wert 1 an. Pro Stromimpuls erhöht sich der Wert um 1. So kann man mithilfe eines Geiger-Müller-Zählers die Anzahl der radioaktiven Teilchen, die in den Zylinder fliegen, messen. Dann guten wir einmal mit Hätlgerät. Tudo entstehen gemacht, in der Sägeberg Ethernet fuhr er eine Rundsägeberg. itt. Vielen Dank.